Geht! Was wollen wir mal sehen? Achso. Daniel, wo sind wir denn heute? Wir sind heute im wunderschönen Podosdorf. Soundstrand Teil 2. Letztes Jahr war es richtig geil. Da habe ich jetzt meinen Bro Tire aufgelegt. Der ist heute wieder dabei. Das ist mein Bro Tire. Wir legen heute gemeinsam auf. Wir werden passieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Aftermovie. Let's go! Bis zum nächsten Mal.